die toten seelen daß die beiden damen schließlich fest von der sache überzeugt waren die vorher nur eine kombination gewesen war ist durchaus nicht merkwürdig auch wir männer die wir uns für klug halten verfahren fast genauso und als beweis dafür können unsere gelehrten untersuchungen gelten so ein gelehrter packt die sache wie ein richtiger gauner an und beginnt schüchtern gemäßigt mit der bescheidensten frage kommt es vielleicht daher verdankt nicht dieses land seinen namen jener gegend oder gehört nicht diese urkunde in eine andere spätere zeit oder soll man nicht unter dieser bezeichnung das und das volk verstehen er zitiert sofort eine reihe von schriftstellern des altertums und sobald er nur irgendeine andeutung oder etwas was ihm als eine andeutung erscheint sieht wird er gleich kühn beginnt mit diesen schriftstellern des altertums wie mit seines gleichen zu sprechen richtet an sie fragen die er selbst für sie beantwortet und vergißt ganz daß er mit einer schüchternen hypothese angefangen hat es kommt ihm schon vor als ob er alles deutlich sähe als ob alles sonnenklar sei und er schließt seine untersuchung mit den worten so verhielt es sich also dieses volk ist also hier gemeint von diesem standpunkte aus muss also die sache angesehen werden dann verkündet er es öffentlich vom kathede herab und die neu entdeckte wahrheit tritt ihren marsch durch die welt an und gewinnt neue anhänger und verfechter während die beiden damen dieses so komplizierte problem so glücklich und geistreich gelöst hatten trat in den salon der staatsanwalt mit seinem ewig unbeweglichen gesicht den buschigen augenbrauen und dem immer blinzelnden auge die damen berichteten ihm um die wette von allen ereignissen erzählten vom kaufe der toten seelen von der absicht die gouverneurstochter zu entführen und machten ihn so konfus dass er solange er auch auf dem gleichen fleck stand mit dem linken auge blinzelte und sich mit dem taschentuch auf den bart schlug um ihn vom tabak zu reinigen absolut nichts begreifen konnte die beiden damen verließen ihn in diesem zustande und eine jede eilte in eine andere richtung um die stadt in aufruhr zu versetzen es gelang ihnen dieses unternehmen in kaum mehr als einer halben stunde zu vollenden die stadt war in aufruhr alles befand sich in gärung und kein mensch konnte etwas verstehen die damen brachten es fertig alle köpfe dermaßen zu verwirren dass alle besonders aber die beamten eine zeitlang ganz betäubt waren ihre lage glich in den ersten augenblicken der eines schuljungen dem seine kameraden die früher als er aufgestanden als er noch schlief einen husaren das heißt eine papiertüte mit tabak in die nase gesteckt haben nachdem er den ganzen tabak mit der ganzen kraft eines schlafenden in die nase eingezogen hat erwacht er springt auf glotzt wie ein narr nach allen seiten und kann nicht begreifen wo er ist und was mit ihm geschieht dann erst erkennt er die von den schrägen sonnenstrahlen beleuchteten wände hört das lachen der kameraden die sich in allen ecken versteckt haben und sieht den zum fenster hereinblickenden morgen mit dem erwachten wald in dem tausende von vogelstimmen zwitschern den in licht getauchten bach der hier und da in glänzenden windungen im dünnen schilfe verschwindet und voller nackter kinder ist die zum baden rufen dann erst merkt er daß ihm in der nase der husar sitzt genau so war im ersten augenblick die verfassung der bürger und der beamten der stadt ein jeder blieb wie ein hammel mit glotzenden augen stehen die toten seelen die gouverneurstochter und tschitschikow vermischten sich in den köpfen zu einem tollen durcheinander erst als die erste betäubung vorbei war fingen sie an diese dinge voneinander zu unterscheiden und gesondert zu sehen sie fingen an rechenschaft zu fordern und sich zu ärgern als sie sahen dass die sache sich durchaus nicht aufklären wollte was ist das für eine geschichte in der tat was ist das für eine geschichte mit den toten seelen in den toten seelen steckt doch gar keine logik wie kann man tote seelen kaufen was für ein narr wird tote seelen kaufen wollen wo wird er das geld dazu hernehmen was kann man bloß mit den toten seelen anfangen und was hat das ganze mit der gouverneurstochter zu tun wenn er sie entführen wollte was brauchte er dann die toten seelen zu kaufen und wenn einer schon die toten seelen kauft was brauchte er die gouverneurstochter zu entführen wollte er ihr etwa die toten seelen schenken was für einen unsinn verbreitet man in der stadt was ist das für eine geistesrichtung ehe man sich's versieht lassen die leute ein gerüchtlos das nicht den geringsten sinn hat immerhin wird das gerücht verbreitet folglich muss auch etwas dahinter stecken aber was kann hinter den toten seelen stecken nicht der geringste anhaltspunkt lässt sich da entdecken es ist einfach ein unsinn albernes zeug gefasel da kennt sich der teufel aus mit einem worte man redete und redete und die ganze stadt sprach nur von den toten seelen von der gouverneurstochter und von tschitschikow und alles kam in aufruhr die stadt die bis dahin in schlaf versunken schien erhob sich wie von einem wirbelsturm erfasst alle sieben schläfer und faulpelze die in ihren schlafröcken seit jahren zu hause hockten und die schuld bald auf den schuster der ihnen die stiefel zu eng gemacht hatte bald auf den schneider und bald auf den versoffenen kutscher schoben kamen aus ihren löchern gekrochen alle die schon längst jeden verkehr mit ihren bekannten abgebrochen hatten und nur noch mit den gutsbesitzern liginski und schlafinski verkehrten berühmte termini techniki die von den verben liegen und schlafen stammen und in rußland ebenso verbreitet sind wie der ausdruck bei schnarchikow und schnaubitzki einkehren worunter das schlafen auf der seite auf dem rücken und jeder anderen lage mit schnarchen pfeifen durch die nase und sonstigen begleiterscheinungen verstanden wird alle die man nicht einmal durch eine einladung zu einer fischsuppe im werte von 500 rubel mit zwei ellenlangen sterletz und allerlei im munde schmelzenden pasteten aus dem hause locken konnte mit einem worte es zeigte sich dass die stadt groß und stark bevölkert war es tauchten sogar ein gewisser sisoi pafnuziewicz und ein gewisser mcdonald karlovich auf von denen man vorher noch nie etwas gehört hatte in den salons zeigte sich plötzlich ein unheimlich langer kerl mit durchschossenem arm von einer körpergröße wie man sie noch nie gesehen hatte auf den straßen erblickte man gedeckte droschken unbekannte kutschen allerlei fuhrwerke mit rasselnden und quietschenden rädern und die geschichte ging los zu einer anderen zeit und unter anderen umständen hätte man diesen gerüchten vielleicht gar keine bedeutung geschenkt die stadt n hatte aber schon seit langer zeit keinerlei neuigkeiten gehört im laufe der letzten drei monate hatte sich so gar nichts ereignet was man in den hauptstädten commerage nennt und was für eine gouvernementsstadt bekanntlich dasselbe bedeutet wie die zufuhr von lebensmitteln im städtischen geschwätz zeigten sich plötzlich zwei durchaus entgegengesetzte meinungen und bildeten sich zwei gänzlich entgegengesetzte parteien die männliche und die weibliche die männerpartei war die stupidere und wandte ihre aufmerksamkeit ausschließlich den toten seelen zu die weiberpartei widmete sich ausschließlich der entführung der gouverneurstochter zur ehre der damen muß hier festgestellt werden daß in dieser partei viel mehr ordnung und umsicht herrschte das brachte wohl die bestimmung der frauen gute wirtinnen zu sein und auf ordnung im hause zu sehen mit sich alles nahm bei ihnen eine lebendige bestimmte gestalt an kleidete sich in klare handgreifliche formen klärte und läuterte sich und ergab zuletzt ein vollkommenes bild es stellte sich heraus daß tschitschikow schon längst verliebt war daß er mit der betreffenden im garten bei mondenschein mehrere rendezvous gehabt hatte daß der gouverneur ihm seine tochter sogar gerne gegeben hätte weil tschitschikow so reich wie ein jude war wenn er nicht schon anderweitig verheiratet wäre und seine frau sitzen gelassen hätte woher man erfahren hatte daß tschitschikow verheiratet war wußte niemand zu sagen daß tschitschikows frau die an ihrer hoffnungslosen liebe litt an den gouverneur einen rührenden brief gerichtet hatte worauf tschitschikow da er sah daß die eltern niemals einwilligen würden den entschluss fasste das mädchen zu entführen in anderen häusern wurde die geschichte etwas anders erzählt tschitschikow habe überhaupt keine frau da er aber ein fein berechnender und sichergehender mann sei hätte er um mit der zeit die hand der tochter zu bekommen den anfang bei der mutter gemacht und mit dieser ein kleines techtel mächtel begonnen und dann erst um die hand der tochter angehalten die mutter aber hätte angst bekommen daß ein auch von der religion verdammtes verbrechen geschehen könne und von gewissensbissen geplagt tschitschikow die hand ihrer tochter aufs entschiedenste verweigert worauf sich dieser entschlossen habe die tochter zu entführen dazu kamen noch viele erklärungen und ergänzungen die immer anwuchsen je tiefer die gerüchte in die entlegensten gassen drangen in russland lieben es die niederen gesellschaftskreise überhaupt von klatschgeschichten aus den höheren gesellschaftskreisen zu sprechen darum fing man über diese sache auch in solchen häusern zu reden an wo man tschitschikow niemals gesehen hatte und gar nicht kannte und so kamen neue ergänzungen und kommentare auf der gegenstand wurde von minute zu minute interessanter nahm von tag zu tag immer bestimmte reformen an und kam schließlich in seiner letzten vollendung der gouverneurin selbst zu ohren die gouverneurin fühlte sich als familienmutter als die erste dame der stadt und schließlich als eine dame schlechthin die nichts ähnliches geahnt hatte durch diese geschichte aufs tiefste gekränkt und geriet in eine in jeder beziehung gerechte empörung die arme blondine hatte das unangenehmste täter tät zu bestehen das einem 16 jährigen jungen mädchen je beschieden war es kam eine ganze flut von fragen untersuchungen rügen drohungen vorwürfen und ermahnungen so dass das junge mädchen in tränen ausbrach sie schluchzte und konnte kein einziges wort verstehen der portier erhielt den strengsten befehl tschitschikow zu keiner stunde und unter keinem vorwande vorzulassen nachdem die damen ihr ziel bei der gouverneurin erreicht hatten machten sie sich an die männerpartei heran und versuchten sie für sich zu gewinnen indem sie die behauptung aufstellten dass die toten seelen erfunden seien um jeden verdacht abzulenken und die entführung erfolgreicher ausführen zu können viele von den männern ließen sich bekehren und traten der damenpartei bei obwohl sie sich den heftigsten vorwürfen seitens ihrer genossen aussetzten die sie frauenzimmer und weiberröcke nannten was bekanntlich vom männlichen geschlecht sehr übel genommen wird wie sehr sich die männer auch wappneten und wehrten mangelte es ihrer partei doch an der ordnung die in der damenpartei herrschte alles war bei ihnen roh ungehobelt ungeschickt unschön plump und hässlich in ihren köpfen herrschte ein durcheinander ihre gedanken waren verworren mit einem wort die hohle natur des mannes die rohe schwerfällige natur die weder haushalttalente hat noch herzlicher überzeugungen fähig ist die kleingläubige faule von ewigen zweifeln und ängsten erfüllte natur kam ganz unverhüllt zum vorschein sie sagten das sei unsinn die entführung der gouverneurstochter sei eher die sache eines husaren als eines zivilisten tschitschikow würde so etwas niemals tun die weiber schwatzen dummes zeug das weib sei überhaupt wie ein sack was man hineinlege das schleppe es mit sich herum der hauptgegenstand den man nicht aus den augen verlieren dürfe seien die toten seelen was dahinter stecke das wisse der teufel aber es stecke sicher etwas sehr übles dahinter warum die männer glaubten daß etwas übles dahinter stecke das werden wir sofort erfahren für dieses gouvernement war vor kurzem ein neuer generalgouverneur ernannt worden so ein ereignis versetzt die beamten bekanntlich immer in die größte unruhe es beginnen untersuchungen rügen rüffel und allerlei amtliche suppen mit denen der vorgesetzte seine untergebenen traktiert wenn er nur erfährt dachten sich die beamten daß in der stadt so dumme gerüchte verbreitet werden so kann ihn schon das allein fuchsteufelswild machen der inspektor der medizinalverwaltung erbleichte plötzlich und redete sich gott weiß was ein ob unter den toten seelen nicht die kranken gemeint seien die in großer zahl bei der typhus epidemie gegen die keinerlei maßnahmen ergriffen worden waren in den lazaretten und an anderen orten gestorben waren und ob tschitschikow nicht ein aus der kanzlei des generalgouverneurs zwecks einer geheimen untersuchung abkommandierter beamter sei diese vermutung teilte er dem kammervorsitzenden mit der kammervorsitzende antwortete daß es unsinn sei plötzlich erbleichte aber auch er selbst und fragte sich wie wenn die von tschitschikow gekauften seelen wirklich tot sind hat er doch selbst den abschluß der kaufverträge über diese seelen zugelassen und obendrein die rolle des vertreters von bluschkin gespielt wenn das dem generalgouverneur zu ohren kommt was dann dies teilte er nur diesem und jenem mit und plötzlich erbleichten auch dieser und jener die angst ist ansteckender als die pest und teilt sich in einem augenblick mit alle entdeckten plötzlich an sich solche sünden die sie sogar niemals begangen hatten das wort tote seelen klang so unbestimmt daß sogar der verdacht aufkam ob es nicht eine anspielung auf zwei fälle sei die sich vor gar nicht langer zeit ereignet hatten wo zwei leichen voreilig begraben worden waren der erste fall betraf einige kaufleute aus solvi tschigotsk die in der stadt zum jahrmarkt gekommen waren und nach abschluss der geschäfte zu ehren ihrer freunde einiger kaufleute aus ustzy tscholsk ein trinkgelage veranstaltet hatten ein trinkgelage in russischem stil doch mit deutschen einführungen wie orgeaden punschen balsamen und so weiter das trinkgelage endete wie es so geht mit einer schlägerei die von solvi tschigotsk prügelten die von ustzy tscholsk zu tode obwohl sie dabei selbst eine anzahl kräftiger und rippenstöße abbekamen die von der ungeheuren größe der fäuste zeugten mit denen die verstorbenen begabt waren dem einen von den siegern war wie sich die faustkämpfer auszudrücken pflegten die luftpumpe eingetrieben das heißt die nase so gründlich zermalmt worden dass von ihr nur ein etwa einen halben fingerdickes stück auf dem gesicht zurückblieb die kaufleute gestanden ihrer helden tat ein und gaben zu dass sie ein wenig über die schnur gehauen hätten ein gerücht meldete daß sie dieser erklärung je vier größere reichsscheine beigefügt hätten die sache war übrigens recht dunkel die angestellte untersuchung ergab daß die kaufleute von ustzy tscholsk an ofendunstvergiftung gestorben waren und sie wurden auch als solche beigesetzt der andere fall der sich vor kurzem ereignet hatte war folgender die der krone gehörenden bauern des dorfes vschivajaspies hatten sich mit den gleichfalls der krone gehörenden bauern des dorfes brovki auch zadirailova genannt verbündet und die landpolizei in person eines gewissen assessors drabjaskin vom erdboden vertilgt und zwar weil die landpolizei das heißt der assessor drabjaskin sich angewöhnt habe ihr dorf allzu oft zu besuchen was in gewissen fällen viel schlimmer ist als eine typhus epidemie der grund aber sei gewesen daß die landpolizei ein schwaches herz gehabt und ein zu großes interesse für die weiber und mädchen des dorfes gezeigt habe es ist darüber nichts sicheres bekannt obwohl die bauern in ihren aussagen geradezu erklärten die landpolizei sei lüstern wie eine katze gewesen sie hätten sie schon mehr als einmal gewarnt und einmal sogar ganz nackt aus einem bauernhause hinausgejagt in das sie sich irgendwie eingang verschafft hatte die landpolizei hatte die strafe für ihre herzensschwäche natürlich wohl verdient aber man durfte auch die bauern von shiva jaspies wie auch die von zadirailova vom eigenmächtigen verfahren nicht freisprechen wenn sie sich tatsächlich den mord zu schulden kommen lassen hatten die sache blieb aber dunkel die landpolizei hatte man auf der landstraße liegen gefunden ihre uniform und ihr rock waren zerfetzt und das gesicht ließ sich überhaupt nicht mehr erkennen die sache beschäftigte die gerichte und kam schließlich vor die kammer wo sie im folgenden sinne entschieden wurde da es unbekannt sei wer von den bauern an der sache beteiligt gewesen ihrer aber im ganzen recht viele waren da ferner drabjaschkin ein toter mann sei und folglich wenig nutzen davon haben würde wenn er die sache gewönne die bauern aber andererseits noch am leben seien und folglich ein interesse daran hätten daß die sache zu ihren gunsten entschieden werde so sei wie folgt zu beschließen der assessor drabjaschkin trage selbst die schuld da er die bauern der dörfer shiva jaspies und zadirailova ungerechterweise unterdrückt habe was aber seinen tod betrifft so sei er als er in seinem schlitten heim fuhr einem schlaganfall erlegen die sache schien aufs beste erledigt doch die beamten bildeten sich man weiß nicht warum ein das mit den toten seelen dieser fall gemeint sei als die herren beamten sich in dieser schwierigen lage befanden liefen beim gouverneur gleichzeitig zwei papiere ein das eine meldete daß nach den eingelaufenen berichten sich im gouvernement ein hersteller von falschen banknoten unter verschiedenen falschen namen aufhalte daher solle man unverzüglich eine strenge untersuchung anstellen das andere papier enthielt die mitteilung des gouverneurs des nachbargouvernements über einen räuber der vor der gesetzlichen verfolgung geflohen sei falls also im gouvernement ein verdächtiger mensch auftauchen sollte der weder einen pass noch sonst welche papiere vorweisen könnte so sei dieser sofort zu verhaften diese beiden papiere wirkten auf alle niederschmetternd alle bisherigen kombinationen und vermutungen stürzten zusammen natürlich konnte man unmöglich annehmen dass tschitschikow mit den beiden angelegenheiten auch das geringste zu tun hätte als aber ein jeder die sache für sich überlegte und sich erinnerte dass es ihnen gänzlich unbekannt war wer tschitschikow eigentlich sei und dass er sich selbst höchst unklar über seine person geäußert obwohl er auch gesagt hatte dass er den staatsdienst als opfer seines gerechtigkeitssinns hatte verlassen müssen was aber ebenfalls recht unklar klang als sie sich obendrein seiner erklärung erinnerten dass er viele feinde habe die ihm nach dem leben trachteten so wurden sie noch nachdenklicher seinem leben drohte eine gefahr also wurde er von jemand verfolgt folglich muss er etwas angestellt haben wer mochte er nun eigentlich sein man konnte natürlich nicht annehmen dass er falsche banknoten herstelle und umso weniger ein räuber sei sein äußeres war dazu viel zu bieder wer mochte er aber trotz alledem sein nun stellten sich die herren beamten eine frage die sie sich gleich am anfang das heißt im ersten kapitel unseres poems hätten stellen sollen es wurde beschlossen die leute auszufragen von denen er die toten seelen erworben hatte um wenigstens festzustellen was das für käufe gewesen seien und was unter diesen toten seelen zu verstehen wäre ob er nicht jemand zufällig so nebenbei etwas von seinen wahren absichten gesagt oder jemand erzählt hätte wer er sei zuallererst wandte man sich an die karobotschka konnte aber von ihr nicht viel erfahren er hätte für 15 rubel seelen gekauft er kaufe auch daunen und federn ein er hätte ihr versprochen ihr noch allerlei andere sachen abzukaufen auch liefere er schweineschmalz an die behörden darum sei er sicher ein schwindler denn es sei schon einmal so ein mann da gewesen der federn und daunen eingekauft und schweineschmalz an die behörden geliefert habe dieser aber hätte alle begaunert und auch die protopopenfrau um mehr als hundert rubel geprellt alle ihre weiteren aussagen waren nur eine wiederholung dessen was sie schon einmal gesagt hatte und die beamten sahen nur daß die karobotschka ein dummes altes weib sei manilow sagte aus dass er für pawel iwanowitsch stets wie für sich selbst bürgen werde er würde sein ganzes gut hingeben nur um einen hundertsten teil der eigenschaften des pawel iwanowitsch zu besitzen überhaupt äußerte er sich über ihn in den schmeichelhaftesten ausdrücken und fügte mit zusammengekniffenen augen einige sentenzen über die freundschaft im allgemeinen hinzu diese sentenzen zeugten in hinreichender weise von den zarten regungen seines herzens vermochten aber den beamten nichts von der sache zu erklären soporkewitsch sagte bei der vernehmung tschitschikow sei nach seiner ansicht ein anständiger mensch die bauern die er ihm verkauft habe seien lauter ausgesuchte und in jeder beziehung lebendige leute gewesen für die zukunft könne er aber nicht garantieren wenn sie bei der schwierigen übersiedlung unterwegs sterben so sei das nicht seine schuld das liege nur in gottes hand es gebe nicht wenig epidemien und tödliche krankheiten in der welt und man hätte schon erlebt wo ganze dörfer ausgestorben seien die herrenbeamten wandten noch ein mittel an das zwar nicht sehr edel ist das man aber zuweilen doch anzuwenden pflegt sie ließen die beiden diener tschitschikows auf umwegen unter zu hilfenahme ihrer bekanntschaften in lakaienkreisen ausfragen ob sie nicht irgendwelche einzelheiten aus dem vorleben ihres herrn wüssten aber auch auf diesem wege erfuhren sie nicht viel von petruschka bekamen sie nur den bewussten muffigen geruch zu riechen und von silifan hörten sie dass sein herr im staatsdienste gewesen und früher bei einem zollamte gedient habe und sonst nichts diese klasse von menschen hat eine höchst seltsame angewohnheit wenn man sie direkt nach etwas fragt so wissen sie nichts zu sagen es will ihnen nichts einfallen und sie antworten einfach dass sie nichts wissen wenn man sie aber nach etwas anderem fragt so kommen sie gerade auf das gewünschte zu sprechen und bringen sogar solche einzelheiten vor die man gar nicht wissen will alle die von den beamten angestellten untersuchungen zeigten ihnen nur das eine nämlich dass sie nichts sicheres darüber wußten wer tschitschikow eigentlich war dass er aber doch sicher etwas sein mußte endlich beschlossen sie diese sache endgültig zu besprechen und sich wenigstens darüber zu einigen was sie zu tun hätten was für maßregeln zu ergreifen wären und wer tschitschikow eigentlich sei ob ein mensch den man als unzuverlässig verhaften müßte oder einer der sie selbst alle als unzuverlässig verhaften könne zu diesem zweck wollte man einmal beim polizeimeister zusammenkommen dem den lesern schon bekannten vater und wohltäter der stadt die toten seelen beim polizeimeister dem den lesern schon bekannten vater und wohltäter der stadt versammelt hatten die beamten gelegenheit aneinander festzustellen wie sie infolge all dieser sorgen und aufregungen abgemagert waren und in der tat die ernennung des neuen generalgouverneurs die eingelaufenen papiere von so ernstem inhalt und alle die unheimlichen gerüchte dies alles hatte sichtbare spuren auf ihren gesichtern hinterlassen und vielen von ihnen waren sogar die frecke zu weit geworden alle waren getroffen der kammervorsitzende war abgemagert der inspektor der medizinalverwaltung war abgemagert der staatsanwalt war abgemagert und selbst ein gewisser simjon ivanovic dessen familiennamen niemals genannt wurde und der einen ring am zeigefinger trug den er den damen zu zeigen pflegte war abgemagert natürlich fanden sich auch wie es immer geht einige tapfere die den mut nicht sinken ließen ihre waren aber nicht viele es war eigentlich nur der postmeister allein sein stets gleichmäßiger charakter hatte nicht die geringste veränderung erfahren und er pflegte bei solchen gelegenheiten immer zu sagen wir kennen die herren generalgouverneure es werden ihrer vielleicht drei oder vier abwechseln ich aber sitze schon seit dreißig jahren auf meinem platz sehr verehrter herr darauf pflegten die anderen beamten zu erwidern du hast es gut sprechen sie deutsch iwan andrejitsch deine sache ist die post du hast nur die poststücke anzunehmen und zu befördern der einzige betrug den du verüben kannst ist daß du das postamt eine stunde zu früh schließt um dann von einem kaufmann der mit seinem brief zu spät gekommen ist eine kleinigkeit zu erpressen oder daß du ein paket das nicht befördert werden darf dennoch beförderst an deiner stelle kann natürlich ein jeder ein heiliger sein wenn du aber einen posten hättest wo dich der teufel jeden tag in versuchung brächte so daß man dir auch wenn du nichts nehmen wolltest dennoch etwas in die hand drückte du hast es auch nicht schwer du hast bloß einen jungen denke dir aber den fall bruder gott hat deine praskowja fjodorowna so gesegnet daß sie dir jedes jahr ein kind schenkt bald eine praskuschka bald einen petruschka dann würdest du schon ein anderes lied singen so sprachen die beamten ob aber ein mensch die kraft hat der versuchung des teufels zu widerstehen darüber maßt sich der autor kein urteil an in der versammlung die dieses mal zusammentrat fehlte in einer recht fühlbaren weise das was man sinn und ordnung zu nennen pflegt überhaupt sind wir für repräsentantenversammlungen nicht geschaffen bei allen unseren zusammenkünften von den bauernversammlungen bis zu den sitzungen der verschiedenen gelehrten und sonstigen komitees herrscht wenn nicht ein kluger kopf das ganze leitet ein ordentliches durcheinander es ist sogar schwer zu sagen warum das so ist es wird wohl eine nationale eigentümlichkeit sein daß uns nur solche beratungen gelingen in denen über irgendeine zecherei oder ein essen verhandelt wird also alle die klubsitzungen und ähnliche veranstaltungen auf deutscher manier die bereitwilligkeit hierzu ist hingegen immer vorhanden wenn gerade der richtige wind weht gründen wir im nu alle möglichen wohltätigkeits unterstützungs und sonstigen vereine das ziel wird immer sehr schön sein es wird aber trotzdem nichts herauskommen vielleicht beruht das darauf dass wir gleich bei beginn befriedigt sind und die sache damit als erledigt ansehen wenn wir zum beispiel irgendeinen verein zur unterstützung von armen gegründet und beträchtliche summen gespendet haben so veranstalten wir sofort um unser lobenswertes beginnen zu feiern ein diner für die ersten beamten der stadt was natürlich die hälfte der gespendeten gelder kostet für den rest wird für das komitee eine großartige wohnung mit beheizung und bedienung gemietet zuletzt bleiben für die armen von der ganzen summe fünf und ein halber rubel übrig bei der verteilung dieser summe zeigen sich unter den komitee mitgliedern unstimmigkeiten und jeder empfiehlt irgendeine arme gefatterin übrigens war die sitzung über die wir hier berichten ganz anderer art sie war ja aus dringender notwendigkeit zustande gekommen es handelte sich nicht um irgendwelchen armen oder abseits stehenden die sache ging jeden beamten persönlich an es handelte sich um ein ungemach das allen in gleicher weise drohte daher mußte man notgedrungen einmütiger und in engerer gemeinschaft vorgehen trotz alledem kam dabei der teufel weiß was heraus ganz abgesehen von den meinungsverschiedenheiten die eine eigentümlichkeit aller solcher beratungen bilden zeigte sich in den ansichten der versammelten eine ganz unfassbare unsicherheit der eine sagte tschitschikow sei ein banknotenfälscher fügte aber gleich darauf hinzu vielleicht auch nicht der andere behauptete er sei ein beamter aus der kanzlei des generalgouverneurs erklärte aber gleich darauf übrigens weiß der teufel was er ist es steht ihm doch nicht auf der stirn geschrieben gegen die vermutung daß er ein verkleideter räuber sei sprachen sich alle ablehnend aus alle fanden daß schon abgesehen von seinem äußern daß an sich die biederkeit selbst sei auch in seinen worten nichts läge was auf einen menschen mit gewalttätigen neigungen schließen ließe plötzlich rief der postmeister der einige minuten in tiefe nachdenklichkeit versunken war ganz unerwartet aus wissen sie meine herren wer er ist die stimme mit der er dies sagte klang dermaßen erschütternd daß alle wie aus einem munde schrien wer ist er denn meine herren er ist niemand anders als der hauptmann kapekin mein sehr verehrter herr und als alle wie aus einem munde fragten und wer ist dieser hauptmann kapekin antwortete der postmeister wie sie wissen nicht wer der hauptmann kapekin ist alle antworteten sie hätten keine ahnung davon wer der hauptmann kapekin sei der hauptmann kapekin sagte der postmeister indem er seine tabaksdose nur halb öffnete da er fürchtete es könnte jemand von den in der nähe sitzenden seine finger hineinstecken an deren sauberkeit er nicht recht glaubte er pflegte sogar manchmal zu sagen ich weiß es schon väterchen sie haben mit ihren fingern vielleicht gott weiß woherum gewühlt der tabak ist aber eine sache die reinlichkeit verlangt der hauptmann kapekin wiederholte er nachdem er eine prise genommen hatte wenn ich es ihnen übrigens erzähle so kann es sogar für einen schriftsteller höchst interessant werden es ist gewissermaßen ein ganzes poem alle anwesenden äußerten den wunsch diese wie sich der postmeister ausdrückte für einen schriftsteller höchst interessante geschichte gewissermaßen ein ganzes poem zu hören und er begann wie folgt die geschichte von hauptmann kapekin nach der kampagne von 1812 mein sehr verehrter herr begann der postmeister obwohl im zimmer nicht ein herr sondern ihrer sechs saßen nach der kampagne von 1812 wurde mit den anderen verwundeten auch der hauptmann kapekin heimgeschickt ein hitzkopf launisch wie der teufel hatte schon auf der hauptwache und im arrest gesessen und alles gekostet was es nur auf der welt gibt bei krasneue oder bei leipzig hatte ihm ein geschoss denken sie sich nur einen arm und ein bein weggerissen damals waren wegen der verwundeten wissen sie noch keinerlei verfügungen erlassen worden der invalidenfonds wurde wie sie es sich denken können gewissermaßen erst viel später gegründet der hauptmann kapekin sieht dass er arbeiten muss er hat aber sehen sie nur den einen linken arm er kam nach hause zu seinem vater aber der vater sagte ihm ich habe nichts um dich zu ernähren ich stellen sie es sich nur vor ich kann mir selbst kaum mein brot verdienen nun entschloß sich der hauptmann kapekin mein sehr verehrter herr nach petersburg zu gehen um sich bei der vorgesetzten behörde zu bemühen so und so er habe gewissermaßen und sozusagen sein leben geopfert und sein blut vergossen so kam er also wissen sie mit dem train oder mit staatsfuhren mit einem wort er kam mein sehr verehrter herr irgendwie nach petersburg nun stellen sie sich vor so ein hauptmann kapekin ist plötzlich in eine hauptstadt geraten die in der ganzen welt nicht ihresgleichen hat er sieht vor sich plötzlich eine welt gewissermaßen ein feld des lebens sie wissen wohl so eine märchenhafte scheherzade so einen niewski prospekt oder wissen sie so eine garachowaja oder irgendeine holster teufel litienaja straße da ragt so eine fahnenstange in die luft brücken hängen wie durch einen zauber ganz ohne stützpunkte mit einem worte die reinste semiramis mein sehr verehrter herr er versucht sich eine wohnung zu mieten aber die preise sind furchtbar gemein lauter gardinen vorhänge allerlei teufelszeug teppiche das reinste persien mein sehr verehrter herr man tritt sozusagen kapitalien mit den füßen man geht durch die straßen und die nase wittert schon aus der ferne die tausende die staatsbank meines hauptmanns kapekin besteht aber sie werden es wohl begreifen aus zehn fünf rubelscheinen und etwas silbergeld ein dorf kann man sich dafür nicht kaufen das heißt man kann schon eins kaufen wenn man vierzigtausend dazulegt diese vierzigtausend müßte man aber erst beim könig von frankreich pumpen kurz und gut er fand schließlich in einem rivaler wirtshaus unterkunft für einen rubel pro tag das mittagessen besteht aus einer kohlsuppe und einem stück klops er sieht daß es keinen sinn hat allzu lange da zu bleiben er erkundigt sich wohin er sich zu wenden habe ja das ist eine frage sagt man ihm die höchsten behörden sind noch nicht in der hauptstadt sie verstehen alles war noch in paris die armee war noch nicht zurückgekehrt es gibt aber sagt man ihm eine provisorische kommission versuchen sie es dort vielleicht kann die für sie etwas tun gut ich gehe in die kommission sagt kapekin und erkläre ihnen dort so und so ich habe gewissermaßen mein blut vergossen habe bildlich gesprochen mein leben geopfert so stand er eines morgens recht früh auf schabte sich mit der linken hand den bart denn ein barbier hätte wohl ein vermögen gekostet zog seine uniform an und humpelte stellen sie sich vor auf seinem holzfuß zum vorsitzenden der kommission er erkundigt sich wo dieser vorsitzende wohnt hier sagt man ihm in diesem hause am sie können sich wohl so ein bauernhäuschen vorstellen die fensterscheiben sind spiegelscheiben von anderthalb klafter höhe nichts als marmor und lack mein sehr verehrter herr mit einem worte zum verrückt werden irgendeine türklinke aus metall ist ein komfort erster qualität so daß man zuerst in den nächsten laden laufen sich für einen groschen seife kaufen und sich dann gewissermaßen an die zwei stunden die hände reiben muss ehe man so eine klinke anrührt schon der portier vor dem eingang mit dem stab in der hand so eine grafenphysiognomie batistkragen ganz wie ein gemästeter fetter mobs capekin schleppt sich auf seinem holzfuß in den empfangssaal drückt sich in eine ecke um nicht mit dem arm irgend so ein amerika oder indien bildlich gesprochen so eine vergoldete porzellan vase umzustoßen es versteht sich von selbst daß er lange genug stehen mußte denn er kam zu einer stunde als der vorsitzende gewissermaßen noch kaum aufgestanden war und sein kammerdiener ihm so eine silberne schüssel zu allerlei waschungen reichte mein capekin wartet an die vier stunden als der diensthabende beamte eintrifft und meldet gleich erscheint der vorsitzende das zimmer ist schon voller epaulettes und achselbänder die menschen drängen sich wie die bohnen auf einer schüssel endlich kommt der vorsitzende mein sehr verehrter herr nun sie können sich vorstellen wie so ein vorsitzender aussieht in seinem gesicht ist sozusagen seinem dienstrange entsprechend sie verstehen mich wohl so ein ausdruck in jeder bewegung mein großstädter er geht auf den einen und auf den anderen zu und fragt was wollen sie was wünschen sie in welcher angelegenheit sind sie hier endlich kommt er mein sehr verehrter herr zum capekin capekin sagt so und so habe mein blut vergossen und gewissermaßen einen arm und ein bein verloren ich kann nicht arbeiten darum erlaube ich mir die anfrage ob ich nicht auf eine unterstützung rechnen darf ob nicht eine verfügung wegen einer sozusagen gratifikation oder pension zu erwarten ist sie verstehen es doch der vorsitzende sieht vor ihm steht ein mann mit einem holzbein und der rechte arm ist leer an den waffenrock festgesteckt gut sagt er fragen sie in einigen tagen wieder nach mein capekin ist ganz begeistert nun denkt er sich die sache ist gemacht er isst sie können es sich wohl denken in bester laune hüpft auf dem trottoir macht einen sprung ins restaurant um einen schnaps zu nehmen ist im gasthause zur stadt london zu mittag läßt sich einen kotelett mit kapern geben dann eine polarde mit allerlei kram dazu eine flasche wein geht abends ins theater mit einem worte er macht sich einen guten tag auf dem trottoir sieht er plötzlich eine engländerin daher schweben sie können sich wohl denken schön und schlank wie ein schwan mein capekin sein blut kommt sie begreifen doch in wallung humpelt ihr auf seinem holzbein nach lieber nicht sagt er sich dann ich will das kurschneiden einstweilen aufstecken nachher wenn ich die pension schon bekommen habe ich bin schon ganz aus rand und band geraten so hatte er an einem tage wollen sie es beachten beinahe die hälfte seines vermögens durchgebracht nach drei oder vier tagen kommt er mein sehr verehrter herr wieder in die kommission zum vorsitzenden jawohl ich komme sagt er um mich zu erkundigen so und so krankheitshalber und infolge meiner verwundungen habe gewissermaßen mein blut vergossen und so weiter sie verstehen wohl in amtlichem ton ach was sagt der vorsitzende vor allen dingen muss ich ihnen mitteilen dass wir in ihrer sache ohne genehmigung der höchsten stelle nichts machen können sie sehen doch selbst was jetzt für eine zeit ist die militärischen operationen sind sozusagen noch nicht endgültig abgeschlossen gedulden sie sich bis zur ankunft des herrn ministers sie können überzeugt sein dass man sie nicht übersehen wird und wenn sie inzwischen nichts zum leben haben so nehmen sie dies das ist alles sagt er was ich für sie tun kann sie verstehen er gab ihm nicht viel aber doch so viel dass capekin damit bei einiger sparsamkeit doch noch bis zu der entscheidung hätte auskommen können capekin strebte aber nach etwas anderem er stellte sich vor man würde ihm schon morgen einige tausende auszahlen hier hast du es mein lieber trink und amüsiere dich stattdessen sagt man ihm aber wart und gibt ihm so gar keinen termin an im kopfe hat er aber die engländerin und allerlei soupletts und koteletts düster wie ein uhu tritt er auf die straße oder wie ein pudel den der koch mit wasser begossen hat hat den schwanz eingeklemmt und lässt die ohren hängen er hat schon geschmack am petersburger leben gefunden hat auch schon manches gekostet da soll er aber der teufel weiß wie leben und nichts süßes zu kosten bekommen er ist aber ein frischer lebhafter mensch und hat einen richtigen wolfshunger wenn er an so einem restaurant vorübergeht so ist der koch sie können sich wohl denken ein ausländer ein franzose mit solch einem offenen gesicht hat holländische wäsche an und eine schürze die sich sozusagen nur mit schnee vergleichen lässt er arbeitet an irgendeinem fin erb an einem kotelett mit trüffeln mit einem worte an einer solchen delikatesse dass man vor lauter appetit sich selbst auffressen möchte und wenn er an den meliutinschen läden vorbeigeht so schaut aus einem fenster sozusagen irgendein räucherlachs heraus kirschen zu fünf rubeln das stück oder ein omnibus von einer wassermelone die nur auf einen dummkopf wartet der für sie hundert rubel bezahlt mit einem wort auf schritt und trittversuchungen das wasser läuft ihm bildlich gesprochen im munde zusammen er muß aber warten versetzen sie sich nur in seine lage einerseits sozusagen der räucherlachs und die wassermelone und andererseits reicht man ihm ein bitteres gericht unter dem namen morgen sollen sie dort machen sagt er sich was sie wollen ich gehe aber hin bringe die ganze kommission und alle vorsitzenden auf die beine und sage ihnen nein ganz wie sie wollen aber so geht das nicht und in der tat er ist zudringlich und frech hat nicht so viel grütze im kopf dafür aber keckheit mehr als man braucht er kommt also in die kommission was gibt's fragt man ihn was kommen sie schon wieder man hat ihnen doch schon mal gesagt ach was sagt er ich kann mich so nicht durchschlagen ich muss sagt er auch ein kotelett essen und eine flasche französischen wein trinken auch muss ich mich ein wenig zerstreuen will auch mal ins theater gehen sie verstehen schon da müssen sie schon entschuldigen sagt der vorsitzende dazu hat der mensch gewissermaßen sozusagen die geduld man hat ihnen vorläufig einige mittel bewilligt damit sie sich ernähren können bis ihre sache entschieden ist sie werden ohne zweifel ordentlich belohnt werden denn es hat bisher noch keinen fall gegeben daß bei uns in russland ein mann der sozusagen seinem vaterlande gedient hat ohne versorgungen geblieben wäre wenn sie sich aber mit koteletts und theaterbesuchen verwöhnen wollen so müssen sie schon entschuldigen in solchem falle müssen sie sich selbst die mittel dazu verschaffen und sich selbst helfen aber mein kapjekin läßt sich nicht beirren die worte prallen von ihm ab wie erbsen von der wand er erhob ein großes geschrei und ließ an der ganzen gesellschaft kein gutes haar er begann auf alle die amtsvorstände sekretäre und sonstigen beamten zu schimpfen sie sind sagt er dies sagt er und sie sind jenes sie sagt er kennen ihre pflichten nicht sie sind sagt er gesetzesverächter sagt er alle bekamen von ihm was ab ganz zufällig war dort wissen sie ein general von einem ganz anderen ressort anwesend und auch der bekam von ihm mein sehr verehrter herr was ab es war ein richtiger aufruhr was soll man nur mit einem solchen satan anfangen der vorsitzende sieht daß man gewissermaßen sozusagen zu strengen maßregeln greifen muß gut sagt er wenn sie sich damit nicht begnügen wollen was man ihnen gibt und nicht geneigt sind hier in der hauptstadt gewissermaßen ruhig auf die entscheidung ihrer sache zu warten so werde ich sie nach ihrem wohnort spedieren man hole sagt er einen feldjäger her damit er ihn nach seinem wohnort transportiert der feldjäger aber wissen sie steht schon hinter der tür ein dreiellen langer kerl mit einer hand wissen sie die schon von der natur selbstbestimmt ist um den postkutschern die rücken zu bearbeiten mit einem worte so ein dentist so setzt man den knecht gottes in den wagen und schiebt ihn mit dem feldjäger ab nun denkt sich capekin so brauche ich wenigstens kein fahrgeld zu zahlen ich bin auch dafür dankbar so fährt er mein sehr verehrter herr mit dem feldjäger und wie er so gewissermaßen mit dem feldjäger fährt überlegt er sich schön sagt er sich du sagst mir ich solle mir selbst die mittel verschaffen und mir selbst helfen gut sagt er ich werde mir schon die mittel verschaffen nun wie man ihn an den bestimmungsort befördert und wohin man ihn eigentlich gebracht hat darüber ist nichts sicheres bekannt so versanken alle nachrichten über den hauptmann capekin in den strom der vergessenheit in so eine lete wie es die dichter nennen aber gestatten sie meine herren hier fängt eben der faden unseres romans an was aus dem capekin geworden ist das weiß niemand aber es vergingen keine zwei monate als in den wäldern von rezan eine räuberbande auftauchte und der hauptmann dieser bande war mein sehr verehrter herr niemand anders als aber erlaube einmal iwan andrejewitsch sagte plötzlich der polizeimeister ihn unterbrechend dem hauptmann capekin fehlen wie du selbst sagst ein arm und ein bein tschitschikow aber der postmeister schrie auf schlug sich mit aller kraft auf die stirn und nannte sich öffentlich in aller gegenwart einen schafskopf er konnte nicht begreifen wieso ihm dieser umstand nicht gleich am anfang der erzählung eingefallen war und mußte zugeben daß das sprichwort der russe ist hinterher am klügsten durchaus berechtigt sei aber schon eine minute später fing er zu klügeln an und versuchte sich aus der affäre zu ziehen indem er behauptete in england sei übrigens wie man es aus den zeitungen ersehen könne die mechanik sehr vervollkommnet und einer hätte sogar hölzerne beine erfunden die nach dem druck auf eine verborgene sprungfeder den menschen gott weiß wohin fort trügen so daß man ihn hinterher überhaupt nicht mehr auffinden könne alle zweifelten aber sehr daß tschitschikow der hauptmann capekin sei und fanden daß der postmeister doch etwas zu weit gegangen sei im übrigen zeigten sie daß auch sie nicht auf den kopf gefallen waren und gingen durch die geistreiche vermutung des postmeisters angeregt vielleicht noch weiter als er unter den vielen in ihrer art gescheiten vermutungen war eine die sogar seltsam klingt daß tschitschikow vielleicht der verkleidete napoleon sei die engländer beneideten schon längst russland wegen seiner größe und ausdehnung und man habe schon öfter karikaturen gesehen auf denen der russe im gespräch mit einem engländer dargestellt sei der engländer hält hinter seinem rücken einen hund an der leine und unter diesem hund sei napoleon zu verstehen nimm dich in acht sagt der engländer wenn mir etwas nicht passt so lasse ich gleich diesen hund gegen dich los vielleicht hätten sie ihn jetzt von st helena losgelassen nun versuche er unter der maske tschitschikows nach russland zu kommen tschitschikow sei also in wirklichkeit gar nicht tschitschikow die beamten wollten dieser geschichte natürlich nicht recht glauben wurden aber immerhin nachdenklich und ein jeder fand wenn er sich die sache für sich überlegte daß tschitschikows gesicht wenn er einem sein profil zuwende in der tat eine große ähnlichkeit mit napoleon wie er auf den bildern dargestellt sei habe der polizeimeister der die kampagne von 1812 mitgemacht und napoleon persönlich gesehen hatte mußte zugeben daß napoleon durchaus nicht größer als tschitschikow und von statur weder allzu dick noch allzu dünn gewesen sei vielleicht werden manche leser dieses unwahrscheinlich finden auch der autor ist bereit ihnen zuliebe es unwahrscheinlich zu finden aber leider hat sich die geschichte gerade so abgespielt wie es hier berichtet wird und zwar was am erstaunlichsten ist in einer stadt die nicht irgendwo in einer wildnis sondern gar nicht weit von den beiden hauptstädten lag es muß übrigens festgestellt werden daß dies alles sich bald nach der glorreichen vertreibung der franzosen abspielte um jene zeit waren alle unsere gutsbesitzer beamten kaufleute handlungsgehilfen und alle des lesens kundigen wie auch unkundigen leute für wenigstens acht jahre passionierte politiker geworden die moskauer nachrichten und der sohn des vaterlandes wurden dermaßen zerlesen daß sie den letzten leser in form von fetzen die zu nichts mehr zu gebrauchen waren erreichten anstelle der fragen wie teuer haben sie das maß hafer gekauft väterchen oder wie haben sie den gestrigen schlittenweg ausgenützt fragte man nur was schreibt man in den zeitungen hat man napoleon nicht wieder von seiner insel losgelassen die kaufleute waren in größter sorge denn sie glaubten fest an die prophezeiung eines propheten der schon seit drei jahren im zuchthaus saß dieser prophet war kein mensch wußte woher in bastschuhen und einem nackten schafspelz welcher fürchterlich nach faulen fischenroch erschienen und hatte verkündigt dass napoleon der antichrist sei und an einer steinernen kette hinter sechs mauern und sieben mehren sitze später einmal werde er aber die kette zerreißen und sich der ganzen welt bemächtigen der prophet kam wegen dieser prophezeiung so wie es sich gehört ins zuchthaus aber er hatte schon seine sache gemacht und die kaufmannschaft in aufruhr versetzt lange noch pflegten die kaufleute wenn sie selbst die lohnendsten geschäftsabschlüsse im wirtshaus mit tee feierten über den antichrist zu reden auch viele von den beamten und vom adel dachten unwillkürlich darüber nach und sahen vom mystizismus angesteckt der damals bekanntlichen mode war in jedem buchstaben des wortes napoleon einen tieferen sinn viele entdeckten in ihm sogar die apokalyptischen zahlen daher ist es durchaus nicht merkwürdig daß die beamten anfingen über diesen punkt nachzudenken bald kamen sie aber wieder zur besinnung und merkten daß ihre phantasie durchgegangen war und daß sie nicht auf dem richtigen wege waren lange dachten und redeten sie und kamen endlich zum schluss dass es vielleicht gar nicht so dumm wäre nastryov ordentlich auszufragen da er als erster die geschichte von den toten seelen verbreitet hatte da er wie man so sagt irgendwelche intimen beziehungen zu tschitschikow unterhielt und zweifellos manches von seinen lebensumständen wissen musste so wollte man mal hören was nastryov sagen würde ende von abschnitt 19 gelesen von eva k abschnitt 20 von die toten seelen von nikolaj wasiljewitsch gogol diese librivox aufnahme ist in der public domain erster teil zehntes kapitel 2 merkwürdige menschen sind doch diese herren beamten und mit ihnen auch die übrigen stände alle wußten doch sehr gut daß nastryov ein lügner war und daß man keinem seiner worte selbst in der unbedeutendsten angelegenheit glauben schenken dürfe und doch wandten sie sich gerade an ihn was soll man bloß mit manchem menschen anfangen er glaubt nicht an gott glaubt aber dass er wenn ihn sein nasenrücken juckt ganz gewiss sterben werde er schenkt dem werke eines dichters welches so klar wie der tag und ganz von harmonie und der höchsten weisheit der einfachheit durchdrungen ist keine beachtung stürzt sich aber auf ein machwerk in dem irgendein frechling alles durcheinander gebracht und aus der natur ein zerrbild gemacht hat dieses machwerk gefällt ihm und er ruft aus das ist die echte herzenskenntnis sein ganzes leben lang hält er nichts von ärzten wendet sich aber zuletzt an ein altes weib das die krankheiten mit besprechen und spucken kuriert oder erfindet was noch besser ist selbst ein gekocht aus irgendeinem dreck das ihm gott weiß warum als das richtige mittel gegen seine krankheit erscheint natürlich könnte man die herren beamten mit ihrer schwierigen lage entschuldigen der ertrinkende klammert sich wie man sagt an einen strohhalm und es fällt ihm in diesem augenblick gar nicht ein dass auf so einem strohhalm höchstens eine fliege reiten kann während er beinahe vier oder sogar fünf put wiegt dieser gedanke kommt ihm gar nicht in den sinn und er klammert sich an den strohhalm so klammerten sich unsere herren schließlich an nasdrjow der polizeimeister schrieb ihm sofort ein billett indem er ihn zum abend einlud und ein revieraufseher in reiterstiefeln und mit sympathischen roten backen lief sofort seinen degen im laufen festhaltend zu nasdrjow dieser war gerade mit einer sehr wichtigen sache beschäftigt seit vier tagen kam er nicht aus seinem zimmer ließ keinen menschen herein und bekam sogar das mittagessen durchs fenster mit einem wort er war sogar abgemagert und grün im gesicht geworden die sache erforderte die größte aufmerksamkeit es handelte sich um die auswahl eines kartenspiels aus einigen hundert taillen auf das er ebenso sicher bauen könnte wie auf den besten freund er hatte daran noch wenigstens zwei wochen zu arbeiten während dieser zeit mußte parfiri dem kleinen bullenbeißer den nabel mit einem besonderen bürstchen reinigen und ihn dreimal am tage mit seife waschen nasdrjow war sehr aufgebracht dass man ihn in seiner einsamkeit gestört hatte zunächst schickte er den revieraufseher zum teufel als er jedoch dem billett des polizeimeisters entnahm dass sich heute abend vielleicht etwas verdienen ließe da irgendein neuling erwartet werde ließ er sich sofort erweichen schloss sein zimmer in aller eile ab zog die ersten besten kleidungsstücke die ihm in die hand kamen an und begab sich zu den beamten die aussagen behauptungen und vermutungen nasdrjows standen in einem so krassen widerspruch zu denen der herren beamten dass auch ihre letzten hypothesen zusammenstürzten nasdrjow war entschieden ein mann für den es überhaupt keine zweifel gab so unsicher und schüchtern die beamten in ihren vermutungen waren so sicher und überzeugt trat er auf er beantwortete alle punkte ohne zu stocken erklärte tschitschikow habe für einige tausend rugel tote seelen eingekauft und er habe ihm selbst welche verkauft weil er keinen grund sehe warum er ihm keine verkaufen solle auf die frage ob tschitschikow kein spion sei und nicht etwas ausspionieren wolle antwortete nasdrjow dass er wohl ein spion sei schon in der schule wo sie zusammen gewesen wären hätte man ihn stets einen spion genannt und alle mitschüler darunter auch er hätten ihn wegen seiner angebereien einmal so verprügelt dass man ihm nachher an den schläfen allein 240 blutegel ansetzen musste er wollte eigentlich 40 sagen aber die 200 kamen ihm irgendwie ganz von selbst von den lippen auf die frage ob tschitschikow nicht falsche banknoten herstelle antwortete er dass er wohl welche herstelle bei dieser gelegenheit erzählte er eine anekdote die von tschitschikows ungewöhnlicher geschicklichkeit zeugte als die behörden erfahren hatten dass er in seinem hause für zwei millionen falsche banknoten habe hatten sie alle türen des hauses versiegelt und wo jede türe je zwei wachtposten gestellt tschitschikow brachte es aber fertig sämtliche banknoten in einer nacht zu vertauschen sodass man am nächsten morgen als man die siegel abnahm nur echte banknoten vorfand auf die frage ob tschitschikow wirklich die absicht gehabt habe die gouverneurstochter zu entführen und ob es wahr sei daß er nasdreow es übernommen hätte ihm in dieser sache zu helfen antwortete nasdreow daß er ihm tatsächlich geholfen habe wenn er ihm nicht beigestanden hätte so wäre aus der sache nichts geworden hier merkte er erst daß diese lüge ihn leicht ins unglück stürzen könnte aber er konnte seine zunge nicht mehr im zaume halten dies fiel ihm um so schwerer als ganz von selbst so interessante einzelheiten kamen daß er auf sie unmöglich verzichten konnte er nannte sogar das dorf in dessen kirche die trauung stattfinden sollte nämlich das dorf druhmatschowka der pope piersidor hätte für die trauung 75 rubel verlangt und wäre auf die sache wohl gar nicht eingegangen wenn er nasdreow ihm nicht mit der drohung angst gemacht hätte ihn anzuzeigen daß er den mehlhändler michailer mit einer gevatterin getraut habe er hätte tschitschikow sogar seinen wagen geliehen und auf allen stationen pferde bereitgestellt die einzelheiten gingen so weit daß er selbst die postkutscher bei ihren namen zu nennen anfing man versuchte die rede auf napoleon zu bringen wurde aber dessen nicht froh denn nasdreow fing einen unsinn zu reden an der nicht nur keine ähnlichkeit mit der wahrheit sondern überhaupt mit nichts ähnlichkeit hatte so daß die beamten aufseufzten und von ihm weggingen nur der polizeimeister allein hörte ihm noch lange zu da er noch immer hoffte daß vielleicht später etwas vernünftiges kommen würde zuletzt gab auch er jede hoffnung auf und sagte das ist weiß der teufel was und alle waren sich darin einig wie sehr man sich auch mit diesem stier abplagt so kriegt man von ihm doch keinen tropfen milch so befanden sich die beamten in einer noch schlimmeren lage als vorher und die sache endete mit der feststellung dass sie unmöglich erfahren können wer tschitschikow sei nun kam es an den tag was für ein geschöpf der mensch ist er ist weise klug und vernünftig in allen dingen die den anderen und nicht ihn selbst angehen was für umsichtige und sichere ratschläge vermag er in schwierigen lebenslagen zu erteilen was für ein kluger findiger kopf schreit die menge was für ein unbeugsamer charakter wenn aber über diesen klugen kopf irgendein unglück hereinbricht und er selbst in eine schwierige lebenslage kommt wo ist dann sein charakter der unbeugsame mann ist ganz ratlos und steht wie ein elender feigling wie ein ohnmächtiges schwaches kind da oder einfach wie ein waschlappen wie sich nosdrjow ausdrückte alle diese gespräche vermutungen und gerüchte wirkten aus irgendeinem grunde am stärksten auf den armen staatsanwalt sie machten auf ihn einen so starken eindruck dass er nach hause zurückgekehrt zu grübeln anfing und plötzlich wie man so sagt mir nichts dir nichts den geist aufgab ob ihn der schlag oder etwas anderes getroffen hatte weiß man nicht doch er stürzte wie er so saß plötzlich vom stuhle auf den fußboden man schlug wie es so geht die hände zusammen und schrie ach mein gott dann schickte man nach einem arzt um ihn zur ader zu lassen sah aber daß der staatsanwalt schon eine entseelte leiche war jetzt erst erfuhr man mit bedauern dass der verstorbene wirklich eine seele gehabt obwohl er sie in seiner bescheidenheit niemals gezeigt hatte das phänomen des todes ist aber an einem unbedeutenden menschen ebenso erschütternd wie an einem großen mann derjenige der noch vor kurzem herumgegangen war sich bewegt whist gespielt und allerlei papiere unterschrieben hatte der so oft unter den beamten mit seinen buschigen brauen und dem immer blinzelnden auge zu sehen gewesen war lag jetzt auf dem tische das linke auge blinzelte nicht mehr doch die braue war noch immer wie fragend emporgezogen was der verstorbene eigentlich fragte wozu er gestorben war oder wozu er gelebt hatte das wußte gott allein aber das ist doch unsinn das widerspricht allen gesetzen der logik es ist unmöglich dass die beamten sich selbst solche angst eingejagt einen solchen unsinn geschaffen und sich so weit von der wahrheit entfernt haben konnten wo doch auch ein kind einsehen musste worum es sich hier handelte so werden manche leser sprechen und dem autor mangel an logik vorwerfen oder aber die armen beamten dummköpfe nennen denn der mensch geht mit dem worte dummkopf sehr freigiebig um und ist zwanzigmal am tage bereit es auf seinen nächsten anzuwenden es genügt unter zehn eigenschaften eine einzige dumme zu haben um trotz der neuen guten eigenschaften für einen dummkopf gehalten zu werden der leser hat es leicht zu urteilen wenn er alles aus seinem ruhigen winkel aus von seinem hohen standpunkte herab betrachtet von wo aus er den ganzen horizont überblicken kann und alles was unten geschieht wo der mensch nur die allernächsten dinge sehen kann in der weltchronik der menschheit gibt es ja auch ganze jahrhunderte die man als überflüssig streichen und ausmerzen möchte gar viele verirrungen hat es in der menschheitsgeschichte gegeben in die heute wohl nicht mal ein kind verfallen würde was für krumme dunkle enge unwegsame abseits führende straßen hat schon die menschheit in ihrem streben nach der ewigen wahrheit eingeschlagen während vor ihr ein gerader weg lag gleich dem wege zum prunkbau der dem könig zum ballast bestimmt ist von der sonne bestrahlt und die ganze nacht von flammen erhellt ist er breiter und prachtvoller als alle wege die menschen gingen aber an ihm vorbei durch dichte finsternis und wie oft brachten sie es fertig selbst wenn der himmel ihnen den wahren weg gewiesen von diesem abzuirren am helllichten tage in unwegsame wüsteneien zu geraten einander die augen in nebel zu hüllen und sumpflich dann folgend an den rand eines abgrundes zu gelangen um sich dann entsetzt zu fragen wo ist der ausweg wo ist die straße jede lebende generation sieht dieses klar ein sie wundert sich über die verirrungen sie lacht über die unvernunft ihrer vorfahren übersieht aber dabei dass diese chronik mit himmlischen flammen geschrieben ist dass jeder buchstabe in ihr schreit das von allen seiten ein finger auf sie selbst auf die lebende generation hinweist doch die lebende generation lacht und beginnt stolz und selbstbewusst eine reihe von neuen verirrungen über die die nachkommen ebenso lachen werden tschitschikow aber wußte von alledem nichts das schicksal fügte es dass er sich gerade um diese zeit eine leichte erkältung zuzog dazu eine geschwollene backe und eine kleine halsentzündung erscheinungen mit denen das klima vieler unserer gouvernementsstädte äußerst freigiebig zu verfahren pflegt damit sein lebensfaden gott behüte nicht reiße ehe er eine nachkommenschaft gezeugt habe entschloss er sich lieber drei tage das zimmer zu hüten im laufe dieser tage gurgelte er beständig mit milch die mit einer feige abgekocht war welche letztere er jedesmal verzehrte und trug ein säckchen mit kamillen und kampfer an die wange gebunden um die zeit irgendwie totzuschlagen fertigte er mehrere neue ausführliche verzeichnisse der neu erworbenen bauern an las sogar einen band der herzogin von la valière der sich zufällig in seinem koffer fand sah die verschiedenen zettelchen und gegenstände durch die er in seiner schatulle verwahrte las manche noch einmal und zuletzt wurde ihm dies alles langweilig er konnte sich unmöglich erklären warum keiner der städtischen beamten ihn besuchte um sich nach seinem befinden zu erkundigen während erst vor kurzem stets irgendeine droschke vor seinem gasthause gewartet hatte entweder die des postmeisters oder die des staatsanwalts oder die des kammervorsitzenden während er in seinem zimmer auf und ab ging zuckte er nur die achseln endlich fühlte er sich etwas besser und war unsagbar froh als er die möglichkeit sah wieder an die frische luft zu gehen ohne auch nur einen augenblick zu verlieren machte er sich sofort an die toilette öffnete die schatulle goss heißes wasser ins glas holte pinsel und seife hervor und fing mit dem rasieren an wozu es übrigens schon längst zeit war als er seinen bart mit der hand betastete und einen blick in den spiegel warf rief er aus gott ist das ein wald es war zwar kein wald aber immerhin eine recht dichte saat die an seinen wangen und kinn aufgegangen war nachdem er sich rasiert hatte zog er sich so schnell an dass er dabei beinahe aus seiner hose heraussprang endlich war er angekleidet mit kölnischem wasser besprengt und trat recht warm eingehüllt vorsichtshalber mit verbundener backe auf die straße sein ausgang war wie der eines jeden nach einer krankheit wiederhergestellten menschen gleichsam ein fest alles was ihm in den weg kam schien zu lachen die häuser und die vorbeigehenden bauern die übrigens recht ernst reinblickten und von denen schon mancher seinem bruder eine maulschelle versetzt hatte seinen ersten besuch wollte er beim gouverneur machen unterwegs kamen ihm verschiedene gedanken in den sinn so dachte er an die blondine seine fantasie ging ein wenig durch und er begann schon selbst über sich zu lachen in dieser geistes verfassung langte er vor dem hause des gouverneurs an er hatte schon angefangen im flur eilig seinen mantel abzulegen als der portier ihn durch folgende unerwartete worte in erstaunen versetzte ich darf sie nicht vorlassen wie was fällt dir ein du hast mich wohl nicht erkannt schau mich doch mal ordentlich an sagte zu ihm tschitschikow wie soll ich sie nicht erkannt haben ich sehe sie doch nicht zum ersten mal sagte der portier sie allein darf ich nicht vorlassen jeden anderen aber wohl was sagst du bloß wieso warum so ist mir befohlen worden es darf halt nicht sein sagte der portier und fügte dem noch ein ja hinzu darauf nahm er eine ganz ungezwungene haltung ein und zeigte nichts von jenem freundlichen ausdruck mit dem er ihm sonst immer aus dem mantel half wie er ihn so ansah dachte er sich wohl aha wenn dich die herrschaften nicht über die schwelle lassen so musst du wohl ein ganz gemeiner bursche sein unbegreiflich dachte sich tschitschikow und begab sich sofort zum kammervorsitzenden als aber der vorsitzende ihn erblickte geriet er in solche verlegenheit dass er keine zwei vernünftigen worte hervorbringen konnte und so dummes zeug zusammenschwatzte dass alle beide sich genieren mussten tschitschikow verließ ihn und versuchte unterwegs zu erraten was für einen sinn wohl die worte des vorsitzenden gehabt hätten konnte aber nichts begreifen darauf besuchte er die anderen den polizeimeister den vizegouverneur den postmeister aber diese empfingen ihn entweder überhaupt nicht oder so seltsam und fingen so konfuse und unverständliche gespräche an dass er an ihrer zurechnungsfähigkeit zweifeln musste er versuchte noch den einen und den anderen anzutreffen um wenigstens den grund zu erfahren er fuhr aber nichts wie im halbschlafe irrte er planlos durch die stadt und konnte noch immer nicht begreifen ob er selbst verrückt geworden sei oder die beamten den kopf verloren hätten ob das ganze sich im traume abspiele oder ob in wirklichkeit etwas so dummes begonnen hätte was noch dümmer wäre als jeder traum recht spät in der abenddämmerung kehrte er in seinen gasthof zurück den er in einer so guten laune verlassen hatte und ließ sich vor langeweile tee geben in nachdenklichkeit und ratlosigkeit über seine seltsame lage versunken schenkte er sich den tee ein als plötzlich die türe seines zimmers aufging und vor ihm ganz unerwartet noströf stand nicht umsonst sagt das sprichwort für einen freund sind auch sieben verst keine entfernung sagte noströf die mütze abnehmend wie ich eben vorbeigehe sehe ich licht im fenster ich will mal nachsehen denke ich mir er schläft wohl noch nicht es ist schön daß du tee auf dem tische hast ich will gerne ein tässchen trinken heute habe ich zu mittag einen ganz scheußlichen fraß gegessen und fühle daß in meinem magen etwas losgeht laß mir mal eine pfeife stopfen wo ist denn deine pfeife ich rauche doch keine pfeife sagte tschitschikow trocken unsinn als ob ich nicht weiß dass du ein raucher bist hey wie heißt doch dein diener hey wachramei hör mal er heißt nicht wachramei sondern petruschka wieso früher hast du doch einen wachramei gehabt niemals habe ich einen wachramei gehabt ja es stimmt der jorbin hat einen wachramei denk dir nur was für einen dusel dieser der jorbin hat seine tante hat sich mit ihrem sohn entzweit weil er eine leibeigene geheiratet hat und hat nun ihr ganzes vermögen dem neffen vermacht ich denke mir wie schön wäre es doch auch so eine tante für die zukunft zu haben ja bruder warum hast du dich plötzlich von allen zurückgezogen und läßt dich nirgends mehr blicken gewiß ich weiß du beschäftigst dich zuweilen mit den wissenschaften und liest gerne woraus nosdrjow schloß daß unser held sich mit den wissenschaften beschäftige und gerne las das können wir offengestanden unmöglich erklären noch viel weniger wußte es tschitschikow ach bruder tschitschikow wenn du bloß gesehen hättest das wäre wirklich ein fressen für deinen satirischen geist warum tschitschikow einen satirischen geist haben sollte war gleichfalls unbekannt denke dir nur beim kaufmann lichatschow gab es neulich ein spielchen wie wir da alle lachen mussten perebendjow der mit mir war sagte ach wenn doch der tschitschikow hier wäre das wäre was für ihn tschitschikow hatte solange er lebte keinen perebendjow gekannt gestehe es nur bruder es war wirklich gemein von dir als du mit mir dame spieltest ich hatte doch das spiel gewonnen ja bruder du hast mich einfach begaunert aber ich kann hol mich der teufel keinem menschen zürnen neulich mit dem vorsitzenden ach ja ich muss dir noch sagen die ganze stadt ist jetzt gegen dich sie glauben dass du falsche banknoten machst sie versuchten mich auszufragen aber ich trat mit leib und seele für dich ein habe ihnen eingeredet dass ich dich noch von der schule her kenne und auch deinen vater gekannt habe das muß ich schon sagen ich habe ihnen etwas ordentliches zusammengelogen was ich mache falsche banknoten rief tschitschikow aus und erhob sich von seinem stuhl warum hast du ihnen aber solche angst eingejagt fuhr nosdrow fort sie sind vor schreck hoß der teufel ganz verrückt geworden haben dich auch zu einem spion und räuber erklärt der staatsanwalt ist aber vor schreck gestorben morgen ist die beerdigung gehst du nicht hin die wahrheit zu sagen haben sie furcht vor dem neuen generalgouverneur daß es deinetwegen einen skandal gibt was den generalgouverneur betrifft so bin ich der ansicht daß er wenn er gar zu stolz und vornehmen tut mit dem adel nichts anfangen kann der adel will freundlich angefasst sein nicht wahr gewiß er kann sich in seinen vier wänden einsperren und keinen einzigen ball geben was erreicht er aber damit damit kann er nichts gewinnen du hast aber eine riskante sache unternommen tschitschikow was für eine riskante sache fragte tschitschikow besorgt nun die entführung der gouverneurstochter offen gestanden habe ich es von dir erwartet bei gott ich habe es erwartet schon als ich euch zum erstenmal auf dem ball zusammensah nicht umsonst dachte ich mir sitzt tschitschikow bei ihr übrigens hast du nicht die richtige wahl getroffen ich kann an ihr wirklich nichts finden bikasov hat aber eine verwandte eine tochter seiner schwester das ist ein mädel da kann man wohl sagen ein wunder gottes was redest du eigentlich ich will die gouverneurstochter entführen was fällt dir ein sagte tschitschikow und glotzte ihn an hör auf bruder was bist du doch für ein geheimnis krämer offen gestanden bin ich jetzt zu dir gekommen um dir meine hilfe anzubieten ich will dir den gefallen tun und bei der trauung den zeugen machen ich stelle auch den wagen und die pferde bei doch nur unter der bedingung du mußt mir dreitausend rubel pumpen es ist für mich eine lebensfrage während nosdrjow so schwatzte rieb sich tschitschikow einige mal die augen um sich zu vergewissern dass er nicht träume die herstellung falscher banknoten die entführung der gouverneurstochter der tod des staatsanwalts an dem er die schuld tragen sollte die ankunft des generalgouverneurs dies alles machte ihm ordentlich angst nun wenn es schon so weit gekommen ist sagte er sich so darf ich nicht länger säumen und muss mich schleunigst aus dem staube machen er bemühte sich nasdrjow so schnell als möglich loszuwerden ließ sofort selifan kommen und befahl ihm bei sonnenaufgang bereit zu sein um schon um sechs uhr früh abreisen zu können selifan sollte alles nachsehen den wagen schmieren und so weiter selifan sagte zu befehl pawel ivanovic blieb aber noch eine weile unbeweglich vor der türe stehen der herr befahl petruschka den koffer der schon ordentlich verstaubt war unter dem bette hervorzuziehen und fing an mit hilfe des dieners alle seine habseligkeiten ganz wahllos hineinzupacken socken hemden gewaschene und schmutzige wäsche schuhleisten einen kalender alle diese dinge kamen ohne jedes system in den koffer tschitschikow wollte unbedingt schon am abend fertig sein damit seine abreise am nächsten morgen keinen aufschub erleide nachdem selifan an die zwei minuten vor der türe gestanden hatte verließ er sehr langsam das zimmer so langsam wie man es sich nur vorstellen kann stieg er die treppe hinunter auf den ausgetretenen stufen die spuren seiner nassen stiefel zurücklassend dabei kratzte er sich den nacken was mochte das kratzen in diesem falle bedeuten und was bedeutet es überhaupt war es der ärger daß die plötzliche abreise eine von ihm mit einem kollegen in einem unansehnlichen pelze und gürtel verabredete zusammenkunft in einer kaiserlichen brandweinschenke unmöglich machte oder hatte er an dem neuen ort eine liebschaft angefangen so daß das abendliche stehen vor dem tore und das galante drücken der weißen hände zu der stunde wo die dämmerung sich über die stadt herabsenkt ein bursche im roten hemde vor dem hausgesinde auf der balalaika klimpert und die zusammengewürfelte abgehetzte volksmenge leise reden führt ein ende nehmen sollte oder tat es ihm einfach leid das warme plätzchen in der gesindeküche unter dem schafspelze am ofen und die kohlsuppe mit dem weichen städtischen fleischkuchen zu verlassen um sich wieder unter regen und unwetter über die landstraßen zu schleppen das weiß gott allein erraten kann man's nicht gar vieles bedeutet beim russischen volke dieses kratzen im nacken von alledem was tschitschikow erwartete geschah jedoch nichts zuerst wachte er viel später auf als er sich vorgenommen hatte das war die erste unannehmlichkeit als er aufgestanden war schickte er sofort hinunter um zu erfahren ob der wagen angespannt und alles fertig sei man meldete ihm aber daß der wagen noch nicht angespannt und noch nichts fertig sei das war die zweite unannehmlichkeit er geriet in wut und nahm sich sogar vor unserem freunde silifan ein ordentliches donnerwetter zu machen und wartete nur mit ungeduld mit was für ausreden dieser wohl kommen würde bald erschien silifan an der schwelle und der herr hatte das vergnügen von ihm die bewußten reden zu hören die man immer von seiner dienerschaft zu hören bekommt wenn man in aller eile abreisen will pavel iwanowitsch man muss ja noch die pferde beschlagen ach du tölpel warum hast du mir das nicht früher gesagt hast du vielleicht keine zeit gehabt zeit habe ich wohl gehabt dann sind auch die räder nicht in ordnung pavel iwanowitsch man wird sie neu bereifen müssen denn die straßen sind jetzt ausgefahren und holperig außerdem muß ich melden der vorderteil des wagens ist ganz aus den fugen so daß der wagen vielleicht schon nach zwei stationen entzwei geht gemeiner kerl schrie tschitschikow und schlug die hände zusammen dann ging er so nahe auf silifan zu daß dieser aus angst von seinem herrn ein geschenk zu bekommen zurücktaumelte und auf die seite wich willst du mich morden wie willst du mich erstechen willst du mich auf der landstraße umbringen du räuber du verfluchter tölpel du meerungeheuer drei wochen sitzen wir doch auf dem gleichen fleck wenn du doch nur ein wort gesagt hättest du taugenichts hast es aber für die letzte stunde aufgespart wo man schon ganz spannung ist und nur einzusteigen und wegzufahren braucht und da mußtest du mir so übel mitspielen wie du hast es doch schon früher gewußt was antworte hast du es gewußt ich hab es gewußt antwortete silifan mit gesenktem kopf nun warum hast du es nicht früher gesagt wie auf diese frage gab silifan keine antwort wie er aber mit gesenktem kopfe dastand schien er sich selbst zu sagen es hat sich wirklich so seltsam gefügt ich hab es wohl gewußt aber nichts gesagt geh jetzt hin und hol einen schmied alles muss in zwei stunden fertig sein hörst du unbedingt in zwei stunden und wenn nicht so werde ich dich so werde ich dich zu einem witterhorn biegen zu einem knoten zusammenbinden unser held war sehr zornig silifan wandte sich schon zur türe um den auftrag seines herrn auszuführen blieb aber stehen und sagte noch eines herr den schecken sollte man verkaufen denn er ist ein ganz gemeiner kerl iwanowitsch gott möchte einen jeden vor einem solchen gaul behüten er stört nur beim fahren ja gewiß gleich laufe ich auf den markt um ihn zu verkaufen bei gott pawel iwanowitsch der sieht nur so aus als ob er was taugte in wirklichkeit ist er aber ein gauner von einem gaul einen solchen gaul kann man nirgends dummkopf wenn ich ihn mal verkaufen will so verkaufe ich ihn was kommst du noch mit langen erklärungen ich werde mal sehen wenn du mir nicht sofort die schmiede holst und wenn nicht in zwei stunden alles fertig ist so beutle ich dich so durch daß du dein eignes gesicht nicht erkennst marsch geh silifan ging tschitschikow geriet in die übelste laune und schleuderte den säbel den er auf reisen immer bei sich führte um den leuten von denen er respekt verlangte solchen einzuflößen zu boden über eine viertelstunde verhandelte er mit den schmieden ehe er mit ihnen handelseinig wurde denn die schmiede waren wie das immer so ist abgefeimte gauner als sie merkten dass die arbeit sehr dringend war verlangten sie den sechsfachen preis wie sehr er sich auch ereiferte und sie spitzbuben räuber und ausbeuter der durchreisenden nannte wobei er sogar auf das jüngste gericht hinwies alles machte auf die schmiede nicht den geringsten eindruck sie zeigten eine große charakterstärke und ließen nicht nur nichts vom preise nach sondern vertrüdelten statt der zwei stunden ganze fünfeinhalb während dieser zeit hatte er das vergnügen die einem jeden reisenden bekannten angenehmen augenblicke zu durchkosten wenn der koffer gepackt ist und im zimmer nur noch bindfaden papierfetzen und sonstige abfälle herumliegen wenn der mensch weder als reisender noch als ansässiger anzusehen ist und durch das fenster langsam vorbeigehende menschen sieht die über ihre groschen sprechen und mit einer eigentümlichen dummen neugier die augen heben um ihn anzublicken und dann ihren weg fortsetzen was die üble laune des armen nicht abreisen können den reisenden nur noch verschlimmert alles was er sieht der kleine kramladen vor seinem fenster der kopf der alten die im hause gegenüber wohnt und ab und zu an das fenster mit dem kurzen vorhang tritt alles ist ihm widerlich und doch geht er nicht vom fenster weg er steht da bald ganz geistesabwesend bald mit stumpfem interesse alle beweglichen und unbeweglichen dinge betrachtend und zerdrückt vor lauter ärger eine fliege die unter seinem finger summt und mit den flügeln gegen die fensterscheibe schlägt alles nimmt aber ein ende und der ersehnte augenblick ist da alles ist fertig der vorderteil des wagens ist ordentlich befestigt das rad ist neu bereift die pferde sind von der tränke zurückgekommen und die räuberischen schmiede sind nachdem sie die ihnen ausgezahlten rubelscheine nachgezählt und dem reisenden alles gute gewünscht haben abgezogen endlich waren die pferde angespannt zwei soeben gekaufte heiße wecken in den wagen gepackt und auch selifan hatte sich schon etwas in die am bocke angebrachte tasche gesteckt unser held setzte sich in gegenwart des pallavoy der die mütze schwenkend in seinem obligaten baumwollenden rock vor der türe stand wie auch der anderen lakaien und kutscher wie solcher die zum gasthaus gehörten so auch der fremden die sich versammelt hatten um zu sehen wie ein fremder herr die stadt verlässt und die auch bei jeder anderen ausfahrt zugegen sind in die ekipage und der wagen von der art wie ihn die junggesellen haben der in dieser stadt eine so lange station gemacht hatte und dessen die leser wohl schon überdrüssig geworden sind rollte endlich zum tore des gasthauses hinaus gott sei dank dachte sich tschitschikow indem er sich bekreuzigte selifan holte mit der peitsche aus petruschka der einige minuten auf dem trittbrett geschwebt hatte stieg zum kutscher hinauf unser held setzte sich recht bequem auf dem kaukasischen teppich zurecht schob sich ein lederkissen in den rücken drückte sich die beiden heißen wecken an den körper und die ekipage begann wieder zu hüpfen und zu springen infolge des pflasters das bekanntlich die kraft besaß jeden gegenstand in die höhe zu werfen mit einem seltsamen undefinierbaren gefühl betrachtete er die häuser die mauern den bretterzaun und die straßen die auch ihrerseits in einer scheinbar hüpfenden bewegung langsam zurücktraten und von denen nur der liebe gott allein wusste ob tschitschikow sie je wieder in seinem leben sehen würde an einer straßenkreuzung musste der wagen halten weil durch die quergasse eine endlose beerdigungsprozession zog tschitschikow steckte den kopf aus dem wagen und befahl petruschka zu erfragen wer da beerdigt werde er erfuhr dass es die beerdigung des staatsanwalts war von den unangenehmsten empfindungen erfüllt drückte er sich sofort in eine ecke zog das lederverdeck hoch und den vorhang zu während die equipage stillstand betrachteten selifan und petruschka die köpfe fromm entblößt den leichenzug und zählten genau nach wie viele fußgänger und equipagen an der prozession teilnahmen tschitschikow hatte ihnen befohlen sich keinem erkennen zu geben und keinen der ihnen bekannten lakaien zu grüßen und blickte selbst ängstlich durch die kleinen fensterchen im ledernen verdeck hinaus dem sarge folgten entblößten hauptes alle beamten er fürchtete anfangs sie könnten seine equipage erkennen sie hatten aber ganz andere sorgen sie führten nicht mal die üblichen gespräche die stets bei einem leichenzuge geführt werden die gedanken eines jeden waren nur auf sich selbst gerichtet sie dachten daran was der neue generalgouverneur wohl für ein mensch sei wie er wohl die sache anpacken und wie er sie empfangen werde den zu fuß gehenden beamten folgten geschlossene wagen aus denen damen mit trauerhauben hervorblickten nach den bewegungen ihrer lippen und hände zu schließen waren sie in lebhafte gespräche vertieft vielleicht sprachen auch sie über die ankunft des neuen generalgouverneurs stellten kombinationen über die bälle an die er geben würde und redeten von ihren ewigen festons und kleiderbesetzen diesen equipagen folgten im gänsemarsche einige leere droschken nach diesen kam aber nichts mehr und unser held konnte weiterfahren er ließ das lederverdeck herunter seufzte und sprach aus tiefster seele ja der staatsanwalt er hat gelebt und gelebt und ist dann gestorben und nun werden die zeitungen berichten er sei zum größten leidwesen seiner untergebenen und der ganzen menschheit als ein geachteter bürger ein seltener vater und ein musterhafter gatte gestorben noch vieles andere werden sie schreiben vielleicht werden sie noch hinzufügen daß ihn die tränen der witwen und weisen zum grabe begleitet hätten wenn man aber die sache vernünftig betrachtet so gelangt man zum schluss daß er bloß buschige augenbrauen gehabt hat und sonst nichts jetzt befahl er selifan schneller zu fahren und dachte sich dabei es ist eigentlich gut daß ich einem leichenzuge begegnet man sagt es bedeute glück wenn man einer leiche begegnet der wagen bog indessen in ödere straßen ein und bald zogen sich nur die langen bretterzäune hin die das ende der stadt ankündigten nun war auch das straßenpflaster zu ende die stadt blieb hinter dem schlagbaume zurück und tschitschikow war wieder unterwegs wieder flogen zu beiden seiten der landstraße die bekannten bilder vorbei werstpfähle stationsaufseher ziehbrunnen lange reihen von fuhren graue dörfer mit ihren samovars bauernweibern und dem flinken bärtigen wirt der mit einem sackhafer in der hand aus dem wirtshause gelaufen kommt ein fußgänger in durchgeriebenen bastschuhen der schon achthundert vers zurückgelegt hat schnell erbaute städtchen mit ihren bretterbuden mehlfässern bastschuhen wecken und sonstigem kram schäckige schlagbäume in reparatur befindliche brücken unübersehbare felder zu beiden seiten der straße gutsbesitzer kutschen ein berittener soldat der einen grünen kasten mit blauen bohnen und der inschrift artilleriebrigade nummer so und so mit sich führt grüne gelbe und frisch aufgewühlte schwarze streifen in der steppe aus der ferne klingt ein lied herüber fichtenwipfel verschwinden im nebel in der ferne verhallt glockengeläute krähen wie die fliegen und ein horizont ohne ende rußland rußland ich sehe dich aus meiner herrlichen schönen ferne sehe ich dich arm weit verstreut und unfreundlich ist alles in dir nichts erheitert nichts erschreckt den blick keine kühnen wunder der natur von kühnen wundern der kunst gekrönt keine städte mit vielfenstrigen hohen in felsen eingebauten palästen keine malerischen bäume kein die häuser umrankender efeu im ewigen staube der wasserfälle der kopf fällt nicht in den nacken um die sich über ihm und in der höhe endlos türmenden felsblöcke zu betrachten es leuchten nicht durch die übereinander getürmten dunklen von reben efeu und zahllosen millionen wilder rosen umschlungenen bogen es leuchten nicht in der ferne die ewigen linien der strahlenden berge die in einen silbernen heiteren himmel ragen offen und wüst und flach ist alles in dir wie punkte wie kleine zeichen ragen unansehnlich aus der ebene deine niederen städte nichts verführt nichts bezaubert den blick doch welch eine unergründliche geheimnisvolle kraft zieht mich zu dir warum klingt und schallt mir unaufhörlich dein trauriges lied ins ohr das dich deiner ganzen länge und breite nach von einem meere zum andern durchzieht was liegt darin in diesem liede was ist's was da ruft und schluchzt und ans herz greift was sind das für töne die so schmerzvoll küssen in die seele dringen und mein herz umschweben russland was willst du von mir welch ein unfassbares band ist zwischen uns was blickst du so und warum richtet alles was in dir ist seine erwartungsvollen blicke auf mich so stehe ich noch ratlos und unbeweglich da doch eine gewitterwolke beschattet schon mein haupt künftige regengüsse verheißend und mein denken erstarrt vor deiner weiten ausdehnung was verheißt dein grenzenloser raum ist's möglich daß hier in dir der unendliche gedanke nicht geboren werde wo du doch selbst kein ende hast sollte hier nicht der recke erscheinen für den es in dir genug raum gibt daß er sich entfalte und bewege drohend umfängt mich dein mächtiger raum der sich mit furchtbarer kraft in meinem innern spiegelt eine überirdische gewalt erleuchtet meine augen o welch eine funkelnde herrliche der welt noch unbekannte ferne rußland halt halt dummkopf rief tschitschikow selifan zu da gebe ich dir gleicheins mit dem säbel schrie ein entgegensausender feldjäger mit einem ellenlangen schnurrbart siehst du denn nicht der teufel schinde deine seele daß es eine staatsequipage ist und wie ein gespenst verschwand unter donner und staub die troika wie viel seltsames und lockendes emporhebendes und herrliches liegt in dem einen wort reisen wie herrlich ist sie selbst diese fahrt ein heiterer tag herbstliches laub kalte luft du hüllst dich fester in deinen mantel ziehst die mütze über die ohren und drückst dich enger und gemütlicher in die ecke zum letzten mal hat ein kalter schauer deine glieder ergriffen und schon ist an seine stelle eine wohlige wärme getreten die pferde rasen dahin wie verführerisch schleicht der schlumme heran die augenlider fallen zu und du hörst wie im schlafe das lied vom weißen schnee das schnauben der pferde das rasseln der räder und schon schnarchst du und drängst deinen nachbar in die ecke wenn du erwachst liegen schon fünf stationen hinter dir mondlicht eine unbekannte stadt kirchen mit altertümlichen holzkuppeln und schwarzen turmspitzen dunkle hölzerne und weiße gemauerte häuser mondlicht hier und da als ob weiße leinentücher an den wänden hingen und auf den straßen und auf dem pflaster lägen kohlschwarze schatten durchschneiden sie schräg wie schimmerndes metall glänzen die schräg beleuchteten schindeldächer und keine seele weit und breit alles schläft höchstens brennt noch in einem fensterchen ein einsames licht ist's ein handwerker der ein paar stiefel näht ist's ein bäcker der sich bei seinem kleinen ofen zu schaffen macht was kümmert's uns und erst die nacht himmlische mächte welch eine nacht begibt sich dort oben in der höhe und die luft und der himmel der ferne hohe himmel in seiner unerreichbaren tiefe der sich so grenzenlos wohltönend heiter breitet doch ein kalter nächtlicher hauch weht dir kühl in die augen und schläfert dich ein und schon schlummerst du vergisst dich und schnarchst und ärgerlich wirft sich dein armer in die ecke gedrückter reisegenosse hin und her als er deine last auf sich fühlt du erwachst und wieder liegen vor dir felder und steppen nichts ist zu sehen alles ist leer alles ist offen ein werstpfahl fliegt dir mit seiner zahl in die augen der morgen bricht an am weißen kalten horizont schimmert ein gleicher goldener streif frischer und steifer wird der wind du hüllst dich fester in deinen warmen mantel welch eine herrliche kälte welch ein herrlicher schlaf in den du aufs neue versinkst ein stoß und du erwachst wieder die sonne steht schon hoch am himmel vorsicht vorsicht ruft eine stimme der wagen fährt einen steilen abhang hinab unten ist ein breiter mühlendamm und ein großer klarer teich der wie ein messingdeckel in der sonne glänzt ein dorf die häuser liegen am abhang zerstreut wie ein stern strahlt seitwärts das kreuz der dorfkirche geschwätz der bauern und ein unerträglicher appetit im magen gott wie schön ist zuweilen auch eine weite weite reise wie oft habe ich schon wie ein ertrinkender und untergehender nach dir gegriffen und wie oft hast du mich großmütig errettet und wie viel herrliche pläne poetische träume sind schon auf einer solchen fahrt entstanden wie viel wunderbare eindrücke gabst du den sinnen auch unser freund tschitschikow hatte auf seiner fahrt durchaus keine ausgesprochen prosaischen träume wollen wir mal untersuchen was er fühlte anfangs fühlte er nichts und blickte nur ab und zu zurück um sich zu vergewissern dass er die stadt tatsächlich verlassen hatte als er aber sah dass die stadt schon längst verschwunden war dass von den schmieden mühlen und sonstigen dingen die in der nähe der städte zu sein pflegen keine spur mehr zu sehen war und selbst die weißen türme der steinernen kirchen in den erdboden versunken waren richtete er seine ganze aufmerksamkeit auf die fahrt blickte nur nach rechts und nach links und die stadt n war ganz seinem gedächtnisse entschwunden als hätte er sie vor langer zeit in seiner kindheit auf der durchreise berührt zuletzt interessierte ihn auch die fahrt nicht mehr er schloss ein wenig die augen und ließ seinen kopf auf das kissen fallen der autor muss gestehen dass er sich darüber freut weil er endlich einmal gelegenheit hat einiges über seinen helden zu erzählen während ihm bisher immer wie es der leser schon sah bald nastroff bald die bälle bald die damen bald der städtische klatsch und bald die tausende von bagatellen im wege waren die nur dann als bagatellen erscheinen wenn sie im buche stehen aber solange sie in die wirklichkeit gehören als höchst wichtige angelegenheiten angesehen werden jetzt wollen wir aber dies alles beiseite lassen und an die sache schreiten es ist sehr zweifelhaft ob der von uns erwählte held den lesern gefallen wird dass er den damen nicht gefallen wird darf man wohl positiv behaupten denn die damen verlangen dass ein held die vollkommenheit selbst sei der geringste seelische oder körperliche makel macht ihn sofort unmöglich wenn der autor ihm noch so tief in die seele hineinblickt und sein bild reiner als ein spiegel zeichnet so wird das dem helden nicht den geringsten wert verleihen sogar die korpulenz und das mittlere alter tschitschikows werden ihm viel schaden die korpulenz wird man ihm auf keinen fall verzeihen und sehr viele damen werden sich von ihm abwenden und sagen pfui wie garstig das alles ist dem autor wohl bekannt und dennoch kann er sich leider keinen tugendhaften menschen zum helden wählen aber vielleicht wird man in dieser selben erzählung andere noch niemals angeschlagene seiten hören den unendlichen reichtum des russischen geistes kennenlernen einen mit göttlichen tugenden begabten mann erblicken oder ein herrliches russisches mädchen das in der ganzen welt nicht seines gleichen hat mit der ganzen wunderbaren schönheit der weiblichen seele die ganz aus großmütigem streben und selbstaufopferung besteht und vor ihnen werden die tugendhaften menschen aller anderen völker ebenso leblos erscheinen wie das tote buch vor dem lebendigen wort russische regungen werden sich bemerkbar machen und die leser werden sehen wie tief in die natur des slawen das eingedrungen ist was die natur der anderen völker nur oberflächlich berührt hat warum sollen wir aber von dingen sprechen die in der zukunft liegen es ziemt sich nicht für den autor der schon längst ein vom strengen innenleben und von der erfrischenden nüchternheit der vereinsamung erzogener gereifter mann ist sich gleich dem jüngling zu vergessen alles kommt einmal an die reihe alles hat seine zeit und seinen platz und doch hat der autor keinen tugendhaften menschen zum helden erwählt man darf sogar verraten warum weil es endlich einmal zeit ist den armen tugendhaften menschen in ruhe zu lassen weil das wort tugendhafter mensch unnütz von allen lippen gesprochen wird weil man den tugendhaften menschen schon längst zu einem pferd gemacht hat und es keinen schriftsteller gibt der nicht fortwährend auf ihm herum ritte und ihn mit der peitsche und jedem anderen gegenstand antriebe weil man den tugendhaften menschen dermaßen müde gehetzt und ausgehungert hat dass an ihm nicht mal ein schatten der tugend zu sehen ist und nur noch rippen und haut statt eines körpers geblieben sind weil man den tugendhaften menschen nur noch mit heuchlerischen lippen anruft weil man den tugendhaften menschen missachtet nein es ist endlich zeit auch mal einen schurken vorzuspannen also wollen wir einen schurken vorspannen dunkel und bescheiden ist die herkunft unseres helden seine eltern waren vom adel ob es aber alter oder persönlicher adel war das weiß gott allein im gesicht hatte er keine ähnlichkeit mit ihnen wenigstens hatte eine verwandte die bei seiner geburt anwesend war eine kleine kurze frau wie man sie kiebitz zu nennen pflegt nachdem sie das kind auf die arme genommen ausgerufen er ist doch ganz anders geraten als ich erwartet hatte er hätte doch der großmutter mütterlicherseits ähnlich sehen sollen was auch sicher das beste für ihn wäre er ist aber wie das sprichwort sagt weder mutter noch vater sondern einem durchreisenden gesellen nachgeraten das leben sah ihn anfangs mit einer sauren unfreundlichen miene durch ein trübes schneeverwehtes fenster an keinen freund keinen gespielen hatte er in seinen kinderjahren ein kleines zimmerchen mit kleinen fensterchen die weder im sommer noch im winter geöffnet wurden der vater ein kranker mann in einem langen mit lammfell gefütterten rock und gestrickten pantoffeln die er auf den bloßen füßen trug ein mann der im auf und abgehen unaufhörlich seufzte und in denen der ecke stehenden sandnapf spuckte das ewige sitzen auf der bank mit der feder in der hand und tinte auf den fingern und selbst auf den lippen die ewige vorschrift vor den augen lüge nicht folge den erwachsenen und trage die tugend in deinem herzen das ewige scharren und schlürfen der pantoffeln durchs zimmer und die wohlvertraute doch immer strenge stimme wieder machst du dummheiten die immer ertönte wenn das kind der einförmigkeit seiner arbeit überdrüssig an irgendeinem buchstaben einen schnörkel oder einen schwanz anbrachte und das ewig bekannte und immer unangenehme gefühl wenn nach diesen worten sein ohr sehr schmerzvoll von den nägeln der langen von hinten heranlangenden finger zusammengekniffen wurde das ist das elende bild seiner frühesten kindheit von der er kaum eine blasse erinnerung bewahrt hat aber alles ändert sich im leben schnell und schleunig eines tages als die erste frühlingssonne leuchtete und die frühlingsgewässer rieselten setzte sich der vater mit seinem sohn in einen kleinen wagen den ein braungeschecktes pferdchen schleppte von der art wie sie von den pferdehändlern elstern genannt werden den wagen lenkte ein kleiner buckliger kutscher der stammvater der einzigen leibeigenen familie die dem vater tschitschikows gehörte ein mann der im hause fast alle ämter versah mit dieser elster fuhren sie mehr als anderthalb tage unterwegs übernachteten sie fuhren durch einen fluss aßen kalten fleischkuchen und hammelbraten und erreichten erst am morgen des dritten tages die stadt den knaben überraschten die unerwartet prächtigen straßen die er einige minuten lang mit weit aufgerissenem munde betrachtete dann plumpste die elster mit dem wagen in eine grube mit der eine enge gasse begann die abwärts strebte und voller schmutz war lange arbeitete sie dort aus aller kraft zappelte mit den beinen und zog schließlich vom buckligen kutscher und vom herrn selbst angespornt den wagen in einen kleinen hof der auf dem abhange lag auf dem hofe befand sich ein altes häuschen vor dem zwei apfelbäume blühten und hinter dem ein kleines niedriges gärtchen lag das nur aus ebereschen und holundersträuchen bestand und eine kleine bretterhütte mit einem schindeldach und einem schmalen trüben fensterchen in sich barg hier wohnte eine verwandte eine schwache alte die aber noch immer jeden morgen auf den markt ging und nachher ihre strümpfe am samovar trocknete sie tätschelte dem jungen die wangen und bewunderte seine körperfülle bei dieser alten mußte er nun bleiben und jeden tag in die städtische schule gehen der vater übernachtete und fuhr gleich am nächsten morgen wieder ab beim abschied vergoß er keine träne er schenkte dem sohne einen halben rubel in kupfer für seine ausgaben und näschereien und gab was viel wichtiger war eine kleine belehrung dazu paß auf pawluscha lerne fleißig mach keine dummheiten sei kein schlingel bemühe dich aber vor allem deinen lehrern und vorgesetzten gefällig zu sein wenn du deinem vorgesetzten immer gefällig bist so wirst du auch wenn du keine fortschritte im lernen machst und gott dir keine talente gegeben hat doch deinen weg machen und alle überholen halte dich von deinen kameraden fern sie werden dich nichts gutes lehren und wenn du schon mit jemand verkehrst so suche dir die reicheren aus die dir bei gelegenheit nützlich sein werden halte niemand frei benimm dich lieber so daß die anderen dich frei halten vor allen dingen spare aber jede kopeke sie ist zuverlässiger als alles in der welt ein kamerad oder freund wird dich begaunern und im unglück verraten die kopeke bleibt dir aber auch in der größten not treu mit der kopeke kannst du alles erreichen und jedes hindernis überwinden nachdem er ihm diese lehre erteilt hatte verabschiedete sich der vater von seinem sohne und ließ sich von der elster nach hause schleppen pavluscha sah ihn nie wieder aber seine worte und lehren drangen ihm tief ins herz